Die blaue Runde. Wir informieren Brandenburg. Aktuell. Schönen guten Tag. Herzlich willkommen. Da sind wir. Endlich wieder. Hier ist eine neue blaue Runde. Hier ist der Podcast aus der AfD-Fraktion Brandenburg. Und ja, wir haben durchaus eine Pause gemacht. Eine durchaus lange Pause. Und das haben wir gemerkt. Viele von Ihnen haben sich bei uns gemeldet und haben gesagt, wann geht es denn endlich wieder los? Nun, jetzt haben Sie es. Heute geht es wieder los mit einer neuen blauen Runde. Die Gründe für die Pause liegen auf der Hand. Es gab zwischendurch Wahlen zum Brandenburger Landtag. Es gab davor einen sehr engagierten Wahlkampf, in dem wir uns als Fraktion nur so ein bisschen zurückhalten müssen und deswegen auch keine Podcasts produziert haben. Nun sind die Wahlen vorbei, wie sie gelaufen sind. Das haben Sie alle mitbekommen. Es gibt eine neue AfD-Fraktion. Es gibt eine noch größere. Es gibt eine noch stärkere AfD-Fraktion. Und was die in den nächsten Jahren dieser Legislatur alles tun wird, das werden wir als blaue Runde, als Podcast aus dem Brandenburger Landtag natürlich begleiten. Wir gucken allerdings in dieser ersten Ausgabe noch mal ein bisschen zurück. Und zwar in Zeiten mitten im Wahlkampf. Anfang September. Da gab es eine Geschichte, die haben Sie alle mitbekommen. Denn sie war fast überall in Deutschland, in allen Medien, eine relativ absurde Situation. In Wittenberge, in der Prignitz, im Gymnasium, da sollten erst Wähler aufgeklärt werden über das, was die Politiker, die Direktkandidaten, die in ihrem Wahlkreis antreten, was die so vorhaben. Und es wurden alle Parteien an die Schule eingeladen. Eine allerdings nicht. Und das war unsere. Das war die AfD. Und die wurde in der ganzen Veranstaltung von einem CDU-Politiker, der im Nebenberuf wohl noch Sozialarbeiter ist, nachgespielt. Das hatte ein mediales Nachspiel in erster Linie. Es haben, ich habe es gesagt, viele darüber berichtet, unter anderem auch das Fernsehen der Welt. Dass die CDU die AfD imitiert, ist eigentlich ein Vorwurf politischer Gegner. Aber am Marie Curie-Gymnasium im brandenburgischen Wittenberge ist es jetzt genau dazu gekommen. Kurz vor den Landtagswahlen sollten Ersthelfer dort auf die Direktkandidaten treffen. Aber der Schulleiter sieht die AfD Brandenburg unter ihrem Vorsitzenden René Springer nicht als demokratisch an und tut sie daher nicht ein. Und dann wurde es skurril. Stattdessen wurde ein Sozialarbeiter eingesetzt, der die AfD-Positionen vertreten soll. Der aber ist CDU-Politiker und trat erst im Juni selbst zur Wahl als Bürgermeister von Lebus an. Das korrigieren wir nochmal in Lebus, aber ansonsten hat die Kollegin von der Welt da durchaus recht. Sie bezeichnet die Situation als skurril, aber das ist ja viel mehr als skurril. Und darüber wollen wir reden mit dem parlamentarischen Geschäftsführer der alten und der neuen AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg, mit Dennis Hohloch, den ich herzlich begrüße. Hallo Dennis. Hallo Detlef, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass es jetzt wieder losgeht. Ja, ich freue mich auch. Dennis, skurril trifft es ein bisschen, aber trifft noch längst nicht die ganze Bandbreite, das ganze Ausmaß dieses Vorfalls, oder? Nein, nicht wirklich. Obwohl man sich, das hätte ja nicht ausmalen können, dass sowas jemals passiert. Also das ist etwas, was man sich vorher kaum hätte ausmalen können, dass man so kreativ wird, dass man mittlerweile Schauspieler in die Schule schickt, um die AfD-Repräsentanten oder Kandidaten zu stellen. Also ich hätte mir das jedenfalls nicht ausdenken können, diesen Schildbürgerstreich. Nun hat die AfD im Wahlkampf das breit kritisiert und auch medial durchaus verbreitet. Es hat einen, ja, sag ich mal, einen kurzen Aufschrei in Brandenburg gegeben. Das wurde alles natürlich vom laufenden Wahlkampf irgendwann überdeckt, aber es hat ja Nachspiel gegeben. Und dieses Nachspiel hat einen ganz aktuellen Bezug. Der Landesverband der AfD Brandenburg hat sich den Schulleiter vorgenommen, der diese ganze Veranstaltung eingerührt hatte. Übrigens, das sei erwähnt, auch CDU-Mitglied, auch CDU-Funktionär, sitzt im Priegnitzer Kreisvorstand der CDU, wollte selber mal für die CDU Landrat werden. Gegen den hat es dann eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegeben. Und da liegt jetzt kein Urteil, aber eine Einschätzung des Ministers vor. Teil die mit uns, Dennis. Ja, also es ist ja schon erstaunlich, dass sowas überhaupt passiert. Und jeder normale Mensch dort draußen würde von sich aus ja sagen, dass das unrechtmäßig ist. Also, dass jemand kommt als Schauspieler, dann noch Mitglied einer anderen Partei ist und dann diese Partei dort vor den Schülern spielt. Das klingt ja nach wirklich billigster Propaganda. Ich glaube, in der DDR hätte man das nicht mal so billig hingekriegt. Also da hätte man das gar nicht gemacht. Und wir haben die Dienstaufsichtsbeschwerde deswegen eingereicht gegen den Direktor, der ja, wie gesagt, auch der CDU-Mitglied ist, wie du ja gerade mitgeteilt hast. Und der Minister von der SPD, der Herr Freiberg, hatte jetzt die Chance, das Ganze mal zu bewerten und mal Farbe zu bekennen. Ob er so eine miese Tour, die dort gefahren wurde, unterstützt, ob er denkt, dass das richtig ist oder ob man hier nicht mal hätte dienstrechtlich gegen den jeweiligen Direktor heute vorgehen müssen. Und die Antwort haben wir jetzt die Woche bekommen. Und die hat es in sich. Es gibt für diese Regelung eine VV-Schulbetrieb nennt sich das. Das ist eine Verwaltungsvereinbarung, die regelt, wie Außenstehende in den Schulbetrieb integriert werden können. Also wenn zum Beispiel eine Podiumsdiskussion durchgeführt wird und dort werden Leute von extern eingeladen, worauf man da achten muss. Und da sind zwei Absätze sehr interessant, Absatz 3 und 4. In Absatz 3 wird geregelt, dass auf eine Ausgewogenheit nicht verzichtet werden darf. Das heißt, wenn es Vertreter zu bestimmten Themen gibt, die eingeladen werden, dann muss dort die Ausgewogenheit der Meinungen gewahrt sein. Und im nächsten Absatz bezieht sich das Gleiche nochmal explizit auf die Wahlzeit. Das heißt, da steht glaube ich sogar genau drin, dass wenn es um die EU-Wahl oder Landtags- oder Bundestagswahl geht, dass die jeweiligen Kandidaten selbstverständlich eingeladen werden können und dass hier auch das Prinzip der Ausgewogenheit gilt. Und die Aufgabe des Ministers war es jetzt einfach nur zu bewerten, ob das ausgewogen ist. Und jeder normale Mensch würde draußen sagen, nein, das war es nicht. Hier wurde ein Fehler gemacht. Dieser Fehler muss anerkannt werden und das muss in Schlussfolgerungen daraus gezogen werden. Aber die Antwort des Ministers war, es lief alles in Ordnung. Die Ausgewogenheit war vorhanden. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist, dass hier ein Minister, der selbst nach so einem Vorfall nicht über seinen eigenen Schatten springen kann, jetzt noch sagt, dass das, was da passiert ist, in Ordnung ist. Und da sagen wir ganz klar, also das ist für uns nicht akzeptabel. Und das muss Konsequenzen haben. Und das hat ja mehrere Konsequenzen. Zum einen, dass in Lebus jetzt ein Abwahlantrag von zwei verschiedenen Fraktionen eingereicht wurde. Ich glaube, du korrigier mich, du bist ja in Lebus in der Stadtverordnetenversammlung für morgen. Und dort soll dann der erste stellvertretende Bürgermeister, das ist eben dieser Sozialarbeiter, abgewählt werden. Das ist die erste Konsequenz, die meiner Meinung nach absolut richtig ist. Jemand, der ein solches Amt bekleidet, kann dieses Amt nicht so missbrauchen und dann auch noch dafür sorgen, dass in der Schule eher eine andere Partei spielt. Das Zweite ist, das Ganze muss natürlich auch ein juristisches Nachspiel haben. Deswegen prüft der Landesverband gerade eine Klage vor dem Verwaltungsgericht gegen die Einschätzung oder Ablehnung der Dienstaufsichtsbeschwerde durch den Minister. Und meiner Meinung nach müsste es noch eine dritte Konsequenz geben. Es wird eine geben. Diese Verwaltungsvereinbarung muss geändert werden. Also wenn sie offensichtlich soweit ausgelegt werden kann und da wäre natürlich der Gerichtsentscheid dann erstmal abzuwarten, dass das ausgewogen ist, so eine Situation und dass die Schüler dann angeblich mit allen Meinungen konfrontiert wurden, dann muss diese Verwaltungsvereinbarung geändert werden und dann wird die AfD im Landtag einen entsprechenden Antrag einbringen. Und der Landtag, wenn er es beschließt, soll den Minister auffordern, diese Verwaltungsvereinbarung zu ändern. Also unserer Meinung nach muss bei einer Landtagswahl entweder jeder Kandidat, der vor Ort antritt, eingeladen werden, was natürlich in der Praxis ziemlich schwierig ist, wenn es viele Kandidaten sind, aber mindestens die aussichtsreichen oder die im Landtag bereits vertretenen Parteien müssen eingeladen werden. Und dann wäre die Ausgewogenheit unserer Meinung nach auch gewährleistet. Aber der Minister sieht das nicht. Er meint, dass der Status quo offensichtlich ausreicht und unsere Meinung ist, dass das nicht so ist. Also ich würde auf diesen Begriff der Ausgewogenheit und das, was du aus der Verwaltungsvorschrift da eben vorgelesen hast, sehr gerne nochmal eingehen. Da steht also drin, Ausgewogenheit bedeutet, dass alle Kandidaten aller Parteien eingeladen werden können. Und das ist ja meiner Ansicht nach der Knackpunkt. Also sie können eingeladen werden, sie müssen nicht eingeladen werden. Also wenn man jetzt nur von zwei Parteien jemanden einlädt, dann hätte man im Sinne der jetzigen Verwaltungsvorschrift, hätte man dann tatsächlich als Schulleiter, als Lehrer hätte man ausgewogen gehandelt. Naja, es ist ja ein Unterschied. Das ist ja das Problem an dieser Verwaltungsvorschrift. Natürlich steht dort, es können Abgeordnete oder Vertreter dieser Parteien und Wählergemeinschaften eingeladen werden. Aber es muss eine notwendige Ausgewogenheit vorhanden sein. So, das bedeutet ja für den Lehrer oder für den Direktor oder wer auch immer der Veranstalter ist, ist, dass ich trotz dessen, dass ich nicht gezwungen bin, alle einzuladen, auf die Ausgewogenheit achten muss. Und das bedeutet für mich zwangsläufig, dass ich die größte Oppositionspartei und zu dem Zeitpunkt stand ja sogar im Raum, dass wir vielleicht sogar stärkste Kraft im Land werden, was wir ja nur knapp verpasst haben, dass ich die natürlich einlade. Und es ist doch auch offensichtlich, was hier passiert ist. Also der Direktor als CDU-Mitglied war Kandidat vor Ort als Landrat. Derjenige, der die AfD gespielt hat, ist auch CDU-Mitglied, ist sogar erster stellvertretender Bürgermeister in einer Stadt vor Ort. Also es ist doch für jeden normalen Menschen offensichtlich, was da passiert. Und dass die SPD sich weiterhin immer noch so sträubt, zeigt ja zwei Dinge. Entweder sie ist wirklich nicht in der Lage, oder der Minister ist nicht in der Lage, über seinen Schatten zu springen. Oder sie denken, sie können immer noch alles tun, was sie wollen und haben offensichtlich die Wahl schon wieder vergessen. Und ich denke, dass wenn die SPD so weitermacht, es noch schneller bergab gehen wird mit dieser Partei, so was sie tun. Ich habe damit kein Problem. Ich finde das sogar begrüßenswert. Aber nichtsdestotrotz können wir ja nicht zum Schaden unserer Schüler handeln. Also wir haben ja vor der Landtagswahl eine ganze Menge von Propaganda miterlebt an unseren Schulen, um die Kinder zu beeinflussen. Das war ja nur ein Teil davon. Was sagt denn das über den Sozialarbeiter? Was sagt das über seinen Arbeitgeber? Was sagt das über die Einstellung solcher Menschen, wenn da gezielt Erstwähler, wenn da gezielt Kinder und Jugendliche in ihrer politischen, sage ich jetzt mal, Bildung, in ihrer politischen Ausrichtung beeinflusst werden? Naja, dass sie den Arbeitsauftrag nicht verstanden haben, den sie haben. Also offensichtlich verstehen sie sich mehr als Ideologen als Pädagogen. Und das ist hier ein offensichtliches Problem. Und das ist aber nicht nur in dieser Schule so. Sondern mir ist aufgefallen durch Mitschriften von Eltern und von Schülern, gerade im Zeitraum der Landtagswahl, dass das Land auf Land ab so funktioniert. Dass man versucht, die Kinder massiv zu beeinflussen. Und nun wird ja gerade Lehrern, aber auch Sozialarbeitern meistens eher eine linke Gesinnung nachgesagt. Das kann man sicherlich nicht auf alle übertragen. Da bin ich fest von überzeugt. Aber bei einigen ist das so. Und ich meine, die CDU ist ja auch nichts anderes als eine linke Partei. Ob der Sozialarbeiter nun in der CDU ist oder in der Linke ist, das ist ja faktisch für die Politik im Land, macht das ja kaum einen Unterschied. Und wenn man offensichtlich so sehr die AfD als Feindbild markiert, dass man seinen eigenen Arbeitsauftrag vergisst, dann scheint entweder mit der eigenen Persönlichkeit etwas nicht zu stimmen oder man möchte ganz gezielt als Parteisekretär fungieren. Aber offensichtlich ist der Auftrag mehr Ideologie und weniger Pädagogik. Nun waren ja zu dieser Veranstaltung in Wittenberge waren die Direktkandidaten eingeladen. Da saßen ja nicht die Parteivorsitzenden oder sonst wer, sondern Direktkandidaten. Und das ist für mich ja noch ein ganz besonderer Kick bei dieser Sache, die da vorgefallen ist. Als Direktkandidat, da wählt man ja einen Menschen. Man kann ja auch sagen, ich möchte die AfD nicht wählen, entscheide mich da für eine andere Partei. Aber ich finde diesen Kandidaten toll, weil der dies und dies oder jenes für unseren Kreis gemacht hat, weil er sich für die Schüler engagiert hat, weil er sich meinetwegen im Breitensport engagiert. Vielleicht einfach nur, weil es ein dufter Typ ist. Ich finde es ganz besonders sträflich, da einen Menschen nachzuspielen. Der hat ja nicht die Parteilinie nachgespielt oder sonst irgendwas, sondern der hat sich ja angemaßt, einen Menschen, der heißt Jean-René Adam, ist der Direktkandidat in der Prignitz, hat übrigens, das sei nebenbei erwähnt, dieses Mandat mit sehr großer Mehrheit dann geholt. Aber da wurde ja ein Mensch nachgespielt und es hat, ich habe mit Jean-René Adam gesprochen, es hat nie Gespräche gegeben zwischen diesem Sozialarbeiter und unserem Kandidaten. Das finde ich ganz besonders verwerflich an der Geschichte. Teilst du das? Ja, selbstverständlich, vor allem, weil wir nicht wissen, was er gesagt hat. Das hat ja mehrere Dimensionen. Also zum einen wissen wir nicht, was er inhaltlich über die AfD ausgesagt hat, ob er tatsächlich nur Positionen aus dem Wahlprogramm vorgelesen hat. Was ich mir am besten sehr nicht vorstellen kann, dann hätte man nämlich auch keinen Schauspieler engagieren müssen, dann hätte das der Lehrer auch selbst machen können. Das heißt also, wir wissen nicht, was er wirklich über die Partei gesagt hat und Jean-René Adam, also mein Kollege, weiß nicht, was er auch über ihn selbst gesagt hat, wie er ihn gespielt hat. Und wir wollten das ja auch herausfinden. Wir haben sofort nach Kenntnisnahme einer Sondersitzung des Bildungsausschusses einberufen und haben den Minister auch dort in die Mangel genommen. Und man hat schon gemerkt, sie wissen, dass das falsch war, was dort passiert ist. Aber sie geben es natürlich nicht zu. Und das zeigt eigentlich auch, dass sie nicht in der Lage sind, ordentlich so ein, oder dass er nicht in der Lage ist, ordentlich so ein Ministerium zu führen. Weil wenn man sich nicht Fehler eingestehen kann, dann hat man offensichtlich eine charakterliche Schwäche. Und diese charakterliche Schwäche ist meiner Meinung nach dann unvereinbar mit einem Ministeramt. Weil auf der anderen Seite hat er diesen Fehler ja auch nicht verursacht. Also ich hätte erwartet, dass er sagt, hier ist was falsch gelaufen. Ich meine, das ist ja auch jetzt nach der Wahl. Es ist ja nicht mehr vor der Wahl. Es gibt ja gerade nichts zu gewinnen. Also hätte er sagen können, ja, da ist was falsch gelaufen. Es wurde mit dem Direktor gesprochen. Er wurde darauf hingewiesen. Und gegebenenfalls wird die Verwaltungsvorschrift, der nochmal überarbeitet. Das wären ja Möglichkeiten gewesen. Aber nein, man lässt einfach alles so laufen. Und wir haben ja auch gefragt, was wurde dort gesagt? Und da ist die Antwort, ja, das wüsste man nicht. So, das wird uns halt auch nicht mitgeteilt. Sondern das ist für Jean-Brenialer natürlich noch viel schwieriger, weil er ja theoretisch müsste ja jetzt mit den Schülern in Kontakt treten und mal fragen, wie wurde er dort dargestellt? Es kann ja auch sein, dass er als Person völlig verzerrt dargestellt wurde. Das ist natürlich dann nochmal sträflicher. Und deswegen hat diese Situation, die dort geschaffen wurde, mehrere Dimensionen, die meiner Meinung nach alle verachtenswert sind. Also das ist eine Situation, die ich, wie gesagt, auch habe ich am Anfang schon gesagt, mir nicht hätte vorstellen können. Ich fand, als ich das das erste Mal auch gelesen habe, das so absurd, dass ich im ersten Moment dachte, das ist ein Scherz. Sie hören die blaue Runde. Hier ist der Podcast der AfD-Fraktion. Wir reden über ein sogenanntes Politiker-Speed-Dating, das Anfang September stattgefunden hat in der Prignitz-Stadt Wittenberge. Zu dieser Veranstaltung waren alle Direktkandidaten aller Parteien eingeladen und der AfD-Kandidat wurde von einem CDU-Politiker, der im Nebenberuf Sozialarbeiter ist, nachgespielt. Wir reden darüber mit Dennis Hohloch, unserem Gast heute, er ist der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag. Dennis, konntest du da so in die Tiefe gucken? War das ein Einzelfall? Ist das nur einmal passiert? Oder ist das im Wahlkampf 2024 eventuell an anderen Orten in ähnlicher Form gelaufen? So, und das ist jetzt wirklich eine interessante Frage. Wir haben ja im Ausschuss auch nachgefragt, ob dieses Format öfter stattfand. Und es ist nun so, dass das ja kein Einzelformat der Schule war, sondern das hat der jeweilige Stadtjugendring organisiert. Und dieses Format fand an vielen Schulen im Land statt. Und deswegen sind wir gerade noch dabei herauszufinden, an welchen Schulen das noch stattfand. Um dann gegebenenfalls auch mal gezielte Schüler anzusprechen, um zu fragen, ob der AfD-Vertreter dort vor Ort war, weil man sagt uns natürlich nicht viel. Okay, deswegen wäre es gut zu wissen auch, wenn vielleicht auch mal Schüler zuhören und sie wissen, dass diese Veranstaltung dort stattfand, ob ein AfD-Vertreter eingeladen war oder nicht, teilt uns das gerne mit. Und wir wissen auch von ganz anderen Vorfällen, wo Lehrer Kinder indoktriniert haben, wo sie Dinge über die AfD erzählt haben oder zum Beispiel vom Achsensprung-Theater. Das ist unter anderem im Hafenland aufgetreten. Das ist eine Theatergruppe, die genau im September engagiert wurde, also genau im Monat der Landtagswahl und nochmal an den Schulen überall präsent war. Und diese Gruppe kommt aus Hamburg und hat ein Theaterstück aufgeführt zum Thema Machtergreifung der Nationalsozialisten mit anschließender Podiumsdiskussion, wo es laut Aussage von mehreren Schülern, die wir bekommen haben, einzig und allein darum ging, die sogenannten Parallelen zwischen NSDAP und AfD zu ziehen. Und ein Schüler hatte uns auch geschrieben, also er hatte sogar Angst, sich zu melden, weil er halt AfD wählt oder das erste Mal es gewählt hat und hat sich nicht mehr getraut, seine Meinung zu sagen. Das muss man sich aber vorstellen. Wo sind wir hier? Dass Schüler sich in den Schulen wieder nicht mehr trauen, ihre eigene Meinung offen zu sagen, weil sie halt Angst haben, dass sie schlechte Noten kriegen könnten oder dass sie in der Klasse ausgegrenzt werden. Das ist unglaublich. Also auch was für ein massiver moralischer Druck auf unsere Kinder ausgeübt wird an den Schulen. Das ist etwas, womit wir uns als AfD jetzt auch in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen müssen. Also wir werden das Thema Jugend und vor allem auch Indoktrination an Schulen zu einem der Schwerpunktthema im Bildungsbereich machen. Und wir werden natürlich auch in Kontakt treten mit den Jugendlichen. Ich habe auch andere. Ich habe auch schon Sprachnachrichten aus dem Unterricht bekommen. Die werden wir natürlich nicht verwenden, weil das strafrechtlich nicht in Ordnung ist. Aber wo ganz klar auch Lehrer Lügen über die AfD verbreiten. Oder einer hat mir letztens geschrieben über Mail hier, dass der Lehrer, und da werden wir jetzt auch mal nachfragen, weil wir wissen, welche Schule und Klasse das war und das noch mal als kleine Anfrage einreichen, dass die Lehrerin erzählt hat, wenn die AfD an die Macht kommt, dann darf man die Kinder in den Schulen wieder schlagen. Muss man sich mal vorstellen. Unglaublich. Also unglaubliche Zustände an unseren Schulen. Und wir haben offensichtlich einen Haufen Lehrer, die bereit sind, ihren Berufsethos völlig über den Haufen zu werfen. Nun hat das ja alles den Etablierten gar nicht geholfen. Wenn wir uns die Nachwahlbefragung anschauen, wenn wir uns angucken, wie die Jugendlichen bei der Landtagswahl hier in Brandenburg abgestimmt haben, dann könnte man denken, es hat überhaupt nicht gefruchtet. Sie haben zu einem sehr, sehr großen Teil sich in der Wahlkabine, an der Wahlurne für die AfD entschieden. Oder sagst du, naja, das ist ein schönes Ergebnis bei den Jugendlichen, aber eventuell hätten wir noch stärker sein können, wenn es da nicht diese intensive Indoktrination auf unterschiedlichsten Ebenen in den Schulen gegeben hätte? Ja, natürlich. Also die Propaganda hat natürlich auch Wirkung gezeigt. Hat sie, ja. Wir haben, ja, ich bin fest von überzeugt. Ich sehe das ja auch in Schülergruppen hier zum Beispiel aus Potsdam, da ist die Haltung immer noch nicht ganz so AfD-affin, aber mittlerweile schon besser. Wenn man die gesamte Propaganda mal wegnehmen würde, was um die AfD herum so aufgebaut und aufgesponnen wurde, zum Beispiel auch, dass ich ein gesicherterer Rechtsextremist bin und dass wir nicht mehr an Schulen eingeladen werden darf, dann bin ich der festen Überzeugung, dann wäre die AfD in Brandenburg schon bei über 40 Prozent und wir hätten auch bei den Jugendlichen über 40 bis 50 Prozent Zustimmung, weil wir eben genau die Dinge vertreten, die den Jugendlichen auf den Nägeln brennen. Viele von denen wissen das entweder nicht, weil in den Schulen nicht darüber berichtet wird oder sie werden einseitig indoktriniert. Natürlich ist es so, dass man in der Jugend sich selten vorschreiben lassen will, wie man zu denken hat und dass junge Leute immer noch revolutionistischer sind, aber diese Propaganda zeigt Wirkung und ein Beweis dafür ist die EU-Wahl. Gucken wir uns doch mal an, wie wir bei der EU-Wahl standen. Wir waren bei über 22 Prozent, waren wir glaube ich Ende 2023. Dann kam die Propaganda mit der Wannsee-Konferenz 2.0 hier am Lenetzsee. Dann kamen die Lügen um unseren Spitzenkandidaten Maximilian Krah. Die Lügen mit Peter Büströhn und den angeblichen Geldern aus Russland und den Audioaufzeichnungen, die bis heute nie ein Mensch gehört oder gesehen hat. Und die AfD ist runtergerutscht auf, was war das Ergebnis, ich glaube 16 Prozent circa. Und das hat schon Wirkung. Und das wissen die anderen auch. Aber die Wirkung nutzt sich ab. Und das ist das Gute an der Sache. Wir haben zur Landtagswahl gemerkt, dass die Wirkung, die noch zur Europawahl eingetreten ist, nicht mehr so stark war. Und dass der Osten sowieso resistenter gegenüber Propaganda des Staates ist als der Westen. Aber man sollte das nicht wegreden. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, auch dagegen vorzugehen. Schulen haben auch neutrale Orte zu sein. Selbstverständlich ist kein Lehrer neutral. Kein Mensch an sich ist neutral. Und selbstverständlich dürfen Lehrer auch eine politische Meinung haben. Die können sie auch in den Unterricht einfließen lassen. Dafür hat man ja den Beutelsbacher Konsens. Sie dürfen aber die Kinder nicht überwältigen. Und schon gar nicht dürfen sie mit Falschinformationen konfrontieren. Und ich nenne es jetzt mal nicht Falschinformationen. Man kann es auch als offensichtliche Lüge bezeichnen. Und das ist etwas, wogegen wir als AfD vorgehen müssen. Nun laufen aktuell die Koalitionsverhandlungen zwischen dem BSW, dem Bündnis Sarah Wagenknecht und der SPD. Was hört man denn auf den Gängen des Landtages? Hört man da in dieser Hinsicht überhaupt irgendwas? Wird das Bildungsressort, wird der nächste Bildungsminister wieder von der SPD kommen? Oder steht da eventuell eine Änderung an? Ja, das ist eine gute Frage. Gute Frage, nächste Frage. Also ich habe jetzt gestern gehört, dass im Raum steht, das Bildungsministerium dem BSW zu übergeben. Ob das so kommt, kann ich nicht sagen. Also wir wissen, das Einzige, was ich weiß, ist, dass die Regierungsbildung am 11. Dezember vonstatten gehen soll. Dort werden auch die Ausschüsse des Landtags eingerichtet. Und dann werden wir das BSW testen. Also wir werden als allererstes einen Antrag für ein umfassendes Smartphone-Verbot und Handyverbot an Grundschulen und Sekt 1 und Kindertagesstätten erlassen und beantragen. Und da werden wir mal sehen, wie das BSW dazu steht, weil es nämlich auch eine Kernforderung in ihrem Wahlprogramm gewesen ist. Und das Gleiche werden wir machen beim Thema Digitalisierung an Schulen und bei dem Thema Lesen, Rechnen und Schreiben. Sie wollen ja angeblich die Grundfertigkeiten stärken. Und das ist ja etwas, was die AfD in den letzten fünf Jahren immer wieder im Landtag versucht hat. Und wir sind daran gescheitert. Nicht, weil unsere Anträge schlecht waren, die Anträge waren hervorragend gut, sondern es lag daran, dass man einfach die Anträge der AfD mal abgelehnt hat. Und an den Taten soll man sie messen. Deswegen bin ich gespannt, wie die Zusammenarbeit hier im Landtag sein wird. Und bin dann auch offen dafür, für jedwede Zusammenarbeit, solange sie gut für unser Land ist. Es bleibt spannend. Und es ist viel zu tun, gerade im Bereich der Bildungspolitik im Land Brandenburg. Gerade wenn es darum geht, wir haben das in dieser blauen Runde gehört, wird ausgewogen über die Inhalte und Ziele von politischen Parteien und Politikern an unseren Schulen berichtet wird. Die AfD hat es im Blick. Die AfD wird, egal wer es ist, den nächsten Bildungsminister in dieser Sache vor sich her treiben. Die AfD wird darauf dringen, dass tatsächlich ausgewogen an unseren Schulen politisch informiert wird. Und die AfD wird auch in diesem Fall, diese Prognose wage ich schon mal abzugeben, die AfD wird auch in diesem Falle wirken, so wie sie es als Oppositionspartei schon in vielerlei Hinsicht getan hat. Wir haben darüber geredet, über diesen Vorfall in Wittenberge, mit dem parlamentarischen Geschäftsführer der AfD-Fraktion und Lehrer, mit Dennis Hohloch. Dankeschön, Dennis, für heute. Danke für diese Einblicke in den Bereich Bildungspolitik im Brandenburger Landtag. Ja, vielen Dank und noch ganz zum Schluss nochmal den Appell an alle Zuhörer, wenn ihr solche Dinge feststellt in euren Schulen, wenn ihr Kinder in Schulen oder Kitas habt und ihr kriegt irgendwas mit, was eurer Meinung nach nicht richtig ist, meldet euch bei uns, wir gehen dem nach. Ganz einfach, der Kontakt herzustellen über landtag.brandenburg.de oder einfach googeln oder suchen nach der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg. Oder Sie nutzen alle Wege, die Ihnen als Konsument dieses Podcasts zur Verfügung stehen. Da gibt es auch direkte Kontaktwege und wir leiten das natürlich gerne weiter. Das war für heute nach langer Pause wieder eine blaue Runde. Ich verspreche, wir kommen jetzt sehr viel öfter zu Ihnen. Ich bin Detlef Rieh. Danke für heute für Ihr Interesse und freue mich sehr, wenn Sie mit dabei sind bei der nächsten blauen Runde hier aus dem Landtag Brandenburg. Dankeschön und tschüss. Die blaue Runde. Wir informieren Brandenburg. Aktuell.